Wir sind eine kleine Familie, also eine große Familie bei uns. Wenn ich den Verkäfer in den Autos verkäufe, dann hat der Klinik automatisch auch mit mir zu dienen. Das ist dann so ein Relancieren mit den anderen Hunden. Das ist ganz wichtig, privat den Kontakt mit dem Klinik zu tun. Das ist auch das Ziel, den Klinik für sich zu gewinnen und ein bisschen Kollegen mit dem Klinik zu gehen. Und den Job ist eigentlich richtig passiert, weil ich dann mein Hobby in der Tasche nicht habe, mit dem Klinik eine Verbindung zu setzen und dem Klinik dabei zu bringen. Das ist alles ein Gesamtpaket von mir, aber wenn ich das sehe, dann darf ich auch die Erbe schnell machen. EIS Passion – Erdvertrauen